Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaurog. Heute, meine lieben Freunde, ein trauriger Tag, denn der Opa von Xialin ist gestorben, vor kurzem. Und heute ist die Beerdigung, deswegen sind wir relativ früh wach. In Anführungszeichen, gut, wir werden so oder so früh wach, aber irgendwie fühlt sich das anders dann heute an. Wir sind auch gestern eigentlich gar nicht so spät ins Bett, aber trotzdem sind wir irgendwie total müde. Und ich habe auch noch Kopfweh. Egal. So, da müssen wir durch, das gehört dazu. Genau, deswegen heute auch nicht so ein langer Vlog, sondern nur so ein kurzer. Wir müssen uns jetzt dann gleich fertig machen und dann gehen wir dorthin zu der Beerdigung. Und ja, genau, deswegen heute nicht so lang und auch nicht so viel Video. Gehört halt einfach dazu, dass manchmal Menschen sterben. Ja, ist halt nicht schön, aber muss manchmal sein, irgendwie verletzend. Und zum Glück gibt es bei mir nicht mehr so viele, aber trotzdem finde ich das natürlich auch nicht schön. Und ja, ich möchte natürlich für meine liebe Xialin da sein. Und ja, genau. So. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen in frischer, äh, alter Frische. Und ja, genau. Dann bis morgen. Tschüssi. 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 Tschüssi.